Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Minecraft Hardcore, ein neuerer Part ist da und mit mir dabei ist der Max, hallo. Hallo. Ich muss ein bisschen lauter reden und der Vogel im Hintergrund ist auch nicht gerade so schlecht. Äh, in Höhener. Wir müssten jetzt ganz dringend mal ganz kurz Holz suchen. Oh, ich bin noch im Game Out. Ups. Ah, ha. Entschuldigung. Wie haben wir das Binderrisse? Wir sollten uns dann auf den Bergbauern anbauen. Wir brauchen... Hol mal Holz, hole ich jetzt auch schnell mit. Und nicht unnötig Leben verschwenden, weil das ist der Hardcore-Modus und wenn man tot ist, ist man tot. Mach doch nix. Boah. Der andere. Wir brauchen, wir brauchen dann die, äh, Schweine. Aber ich muss ja schon hier den Berg hoch, weil dort eine Baume ist und eine... ja. Ich höre dir grad schon mal ein Schwein. Ja, ich hol grad Holz. Ich hab Angst. Scheiß, Creeper könnte überall lauern. Ja, aber nicht so weit weglaufen, ne. Ich bin auch hier. Ja. Ich bin auch noch hier, also, ähm, am besten, ich geb dir gleich ne Steinspitze, äh, äh, ne Holzspitzhacke. Und dann könntest du ja rein theoretisch dann schon mal ein bisschen Kohle abbauen, weil hier in dem Biomk... Ja, hier, bei mir ist Kohle. Ja, das mein ich, die sind ja... ...überwärts. So. Ich mein Crafting Tables, so. Danach zweimal so. Alter, hier ist ja voll viel, oder? Kannst mir auch noch Ding geben, ähm, ne, ähm, wer ist das? Ein Schwert und so. Ein Schwert brauchst du auch noch. Kannst du haben. Auf den Vogel. Alter. Aua. Äh. Das ist immer, wenn ich rede, dann pfeift der Mittel, Alter. Echt? Du, hol den Zord! Da, ne. Versuch mal den abzudecken. Ich bring ihn um. Da wartet er. Der Max. Ist der nicht süß? Ja, ist ganz klar. Ja. So, okay. Warte, ich komme mal. Ich komme. Ja. Aber wir müssen uns aber beeilen, ne? Ja. Gib alles her. Auch meine, äh... Ja. Spitz-Arkebräuner. Ach, stimmt. Klack. Ich komme schnell mit Kohle und dann müssen wir uns eingraben. Warum? Alter. Weißt du, wie ich... Selbst ein Creeper bringt mich mit einer Eisenrüstung um. Das ist nicht normal, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr den Park gesehen habt, Freunde. Ist das noch hell? Noch! Oh, ich bin in der Hülle. Ich bin voll reingeflogen. Aber... Tut voll weh. Warte mal, ich muss mal schon schauen, Optionen. Das texture pack ging jetzt oder? Ja. Ja. Wo ich dir gegeben habe, aber... So, einmal umbringen. So, der Maxi, der macht auch Let's Plays auf der Szene. Der hat über 300.000 Abonnenten. Du bist so dumm, Alter. Nee, aber... Machst du eigentlich noch Videos auf deinem YouTube-Kanal? Nee, ich weiß. Passwort nochmal. Ja, mach dir halt neun. Boah. Ganz einfach. Der andere weiß, den passen wird nicht mehr. Ich hab schon voll viele Accounts, aber ich weiß, alle passen wird nochmal da. Boah. Übel. Ich hau mal schon auch ein bisschen den Stein weg. Und wenn einer von uns tot ist, dann ist der andere Automallstand gleich mit tot, weil alleine danach das weiter zu machen, das bringt es ja dann auch nicht. Dann machen wir wahrscheinlich dann so einen schönen kleinen Kill-Counter. Kommt drauf an, ob ihr das wollt. Und dann lässt sich das auch einrichten, würde ich mal sagen. Eigentlich. Yo. Warte, was da vorne? Okay, hat deinen Namen gesehen. Ich spiel auch, wenn's hell ist, immer mit Shader, ohne, äh, wenn's dunkel ist, ohne Shader. Wie könnt ihr das... Wenn ihr wollt, könnt ihr mir das ja auch permanent ausgeschaltet lassen. Aber ich find mit Shader schaut Minecraft echt ganz anders da aus. Das ist der Wahnsinn. Hast du Crafting Table oder so? Der Crafting Table ist... Das Crafting... Der... Die... Oh, da sind noch mehr Schweine. Äh... Da oben, schau Max. Er kennt alle Tiere. Er ist kein Veganer mehr. Er ist... Max. Da oben nämlich. Nein! Bleib da! Nein! Das Fleisch ist runtergefallen! Hier ist genug Schweine, schon mehr, Alter. Warte, au! Oh, jetzt hab ich schon gemeint. Ja, aber das Fleisch ist... Am Anfang ziemlich wertvoll. Ich hab schon... Nein, ohne Fleisch überleben wir einfach nicht. Ich hab 14. Ich hab 18. Wie viel Wolle hast du schon? Drei, äh, zwei. Okay, ich hab das hier auch eins. Nimm mal schnell die Wolle. Gib her. Ja, da... Das hoffe der Nein. Äh, warte, mal nicht. Ich muss noch hier was zu machen. Allein, ich sterbe, Alter. Warum? Ich kann noch eins. Es was. Es was. Nee. Na schon. Na, nee. Oh, ein Dschungel. Ein wunderschöner Dschungel. Alter. Alter, muss man aufpassen, dass man nicht stirbt. Ähm... Naja. Und Leute, das Letztel wird 100% spannend werden. Weil, ähm... Weil es halt einfach so ist. Der Hardcore-Modus ist hart. Und ihr habt es ja in den letzten Parts gemerkt habt, dass es nicht... Nicht schlecht ist. Also, wenn man weiß, dass man leicht sterben kann, da ist dann die Angst größer denn je. Daniel. Daniel. Ehm... 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 Aua. Aber ich mach mal jetzt den Shader aus. Shader unknown. So, fertig. So, da vorne bist du. Äh, es wird dann bald dunkel. Wir müssen uns beeilen. Moment. Stein bekommt. Stein bekommt man sowieso ganz, äh... Äh... genug. In den... Gemäuern der Unterwelt. Fleisch. Ah, da haben wir noch ein paar Schafe. Und ne Schlucht, alter. Essen brauchen wir halt. Ah, da ist schon genug. Doch. Oder, nix sogar was. Buff. Max! Hä? Lass mich erhauen. Oh! Hm... Was? Hm... 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 Nix, die Musik ist nur so schön. Hm... Ne, das ist ja doch kein Ding. Oh, da könnte man dann gleich runtergehen. Wo bist du hin? Ja. Wir brauchen aber noch mehr Fleisch. Hast du Stein? Hm... Ich hab... Ich hab 33. Jetzt geh mal erstmal runter. Das würde ich gleich sagen. Äh... Warte mal... Warte mal ein bisschen Holz vielleicht noch. Warte mal ein bisschen Holz vielleicht noch. Wie viel Wolle hast du? Fünf. Okay, ich hab auch noch eins. Das passt, dann haben wir schon mal drei Betten. Äh... Ja, du hast ne Axt... Hm, Maxi... Du könntest dir vielleicht schon längst ne scheiß Axt bauen, ne? Ich weiß. Ich bin aber gar zu faul. Äh, Maxi, wir müssen jetzt dann gleich runter. Und vor allem meine... Mein Steinschwert geht gleich kaputt. Nein! Alter, wie viele... Wie viele Schweine? Die hole ich mir noch alle geschwind. Ach du Scheiße. Oh fuck, mein Schwert geht gleich kaputt. Wie bist'n du? Oh nein, scheiße, Schwert ist kaputt. Alle da unten sind voll... Ja, wo bist du? Äh... Ach da, ich sehe dich. Warte, ich komme. Ein Platsch. Ich hab schon gemerkt, dass du kommst. Warte, tja. Hier, Mann. Schweine! Ich liebe Schweine! Wie wir alles Schweine killen. Ich bin Veganer. Ich weiß. Äh... Okay, das passt. Wir müssen runter. Ich such schnell die Höhle. Komm lieber am besten mit. Ich nehm das Crafting Table mit. Okay, jetzt hör. Ein Schwein opfert er sein Leben. Ein Mann. Ich glaub' gerade. Max, komm jetzt mit. Ich hab' bis 47 jetzt. Ich hab' 400. Was? Na, schon. Äh, wo ist ein Achter von da unten ist ja. Oh, der Dunkeljahr. Oh, der Dunkeljahr. Ah, komm' ich genau wo gekommen. Oh! Oh, der Dunkeljahr. Oh, der Dunkeljahr. Max, 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 Max. Was? Was? Alter, jemals. Hm. Ey, Max, ich pass mal schnell auf mich auf. Ja. Alter, bau' uns ein. Oh, das ist ein Dunkeljahr. Was? Bau' uns mal ein oder so. Ja, warte, ich schau' mal ob die... Okay, passt alles. Ist gesaved. Hoffentlich. Passt du mal auf mich auch schnell. Ja. So. Jetzt sind wir safe. Das passt. Machen wir jetzt auch mal schön in den Ofen. Ja, ich baue auch wieder einen. Zu spät. Ich bin wieder oben noch. Kann ich gleich mal auf die Suche gehen nach? Wollen wir jetzt Zombies her? Hä? Wollen wir jetzt Zombies her? Ja. Dann baust du uns da nicht ein komplett? Hab ich doch. Achso. Ne, so kommen dann keine mehr hoffentlich. Müssten eigentlich keine mehr kommen. Oh Gott, ich liebe Hüllen. Vor allem im Hardcore-Modus. Das ist immer ein bisschen... Oh, ich krieg da immer ein bisschen... Weiß nicht. Muffelsausen. Wie viel Kohle hast du gefunden nochmal? 38. Ja, das geht. Oh, ich mach grad schon halt auch falsch. Äh, warte mal. Hast du ein bisschen Fackeln noch? Äh... Wie? Warte, passt schon. Wie macht man die eigentlich nochmal? Äh, ein Stock unten und oben drüber die Kohle. Ah. Ja, ich hab fett sich. Ich tu mich jetzt grad drunter bauen. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ich glaub hier. Ja. Ich bin derjenige, der wo die Rohstoffe holt. Und ich auch kochen. Der Wachs. Nein, scheiß. Ding, ding, dumm. Hast du jetzt schon Bett? Ne, ne, ich kann's mir eins bauen. Ja, mach ich. Äh, wie viel... Dinger hast du? Ich bin auf der Höhe von... Ne, ich hab schon zwei Bettnetzer. Ja. Achso, okay. Du hast genug, äh... Wolle. Ja. Äh, ich wollt grad schauen, was für 50. Äh, ich hoffe, da findet man Eisen. Wenn nicht. Ich grabe nochmal ein kleines bisschen nach unten. Weil es wäre natürlich nicht schlecht, dass wir dann noch Eisen haben für... Du weißt schon. Du weißt schon. Für die Rüstungen. Aber die werden uns meistens auch nicht helfen. Ich denke einmal. Weil wenn ein Creeper hinter uns auftaucht, dann geht's erstmal wieder los. Ne. Eisen. Ne. Ne. Eins... Zwei... Wie? Mehr nicht. Nur zwei Eisen. Ach du Scheiße. Egal. Oh, nochmal Eisen. Eins, zwei... Ey, nur zwei. Oh, nochmal Eisen. Na schon was. Ähm... Keys brauchen wir nicht. Die haben... Nein. Spaß. Mit 120 FPS bin ich eigentlich gut dabei. Yeah. Und wird der Laptop schon heiß? Müsste ja eigentlich gar nicht, ne? Wahrscheinlich ist der andere Laptop mit dem Ding, weil er sich immer überhitzt, kaputt. Also der kühlpaste oder was man da... was da alles gibt. Ne. Ich glaube ja. Ich komme dann gleich wieder, weil ähm... Ich brauche nochmal Steinwerkzeuge. Weil ich... Find hier gerade gar... Okay, ist kaputt. Warte, ich komme mal vorbei, so. Gehe ich mal wieder da rein auf. Immer schwer in der Hand halt, man... Man weiß nie, was... einem erwartet. So. Oh, der Maxi. Wunderbar. So. Der muss braucht Schiff. Braucht zwei. Hm? Hast du noch bisschen Holz oder...? Holz halb habe ich gar nichts, nein. Du auch nicht mehr, oder? So war nur noch. Oh. Ja, geh mal schlafen, komm. Ich geh mal schnell hoch. Wasser. Guten Morgen. Ja. Da gehst du raus, ne? Ja. Aber seid vorsichtig. Boom. Ja, das kann schnell passieren. Scheiße, ich hab keine Steinachs mehr. Ja. War er hier? Oh. So. Ne? Wir gehen jetzt nochmal raus. Ah. Cool. Sehr engst. Endlich. So. Ich hab Skelette, glaub ich. Spinne! Macht's... Ihhh! Da oben. Aber die machen tagsüber nichts. Eigentlich. ılıelt. Hier werden kannst du damit College-Case tipen aussehen. Ja, da oben hier übernommen. Vielen Dank.